Atrex 300 Best of Power and Motion Die Atrex 300 ist die kleinste akkubetriebene Antriebsmaschine für die Hand- und Fußchirurgie. Moderne Lithium-Ionen-Akkutechnologie bringt Ausdauer, Leistung, geringes Gewicht und völlige Bewegungsfreiheit für den Operateur. Damit setzt Atrex 300 den Maßstab für Ergonomie und Präzision. Der exakte Sägeschnitt führt zu einem minimalen Knochenverlust. Das gesamte System erlaubt eine einfache, sterile Aufbereitung und ist absolut wartungsfrei. Das einfache, universelle Aufsatzwechselsystem garantiert präzises und rasches Arbeiten in allen Einsatzgebieten der Kleinknochenchirurgie. Atrex 300 Klein Stark Präzise Atrex 300 Best of Power and Motion Atrex 300 Atrex 400 Ger mit Atrex 300 Atrex 500